BOOM, BOOM, nicht DOOM, BOOM Don't hit me please, Blocks, Blocks, no hit How? Komm, zeig deine ugly fucking facefresse Ich glaube, wir haben zerlegt Nee, er lebt immer noch Kannst du mal stillhalten, Pingi Ich will dir doch nur den Arsch aufreißen, was geht So, gesmashed, Bitch Sechs Schuss, Hammer, geil Der Hell Mountain, ist dein Ernst, ne Was ist Spaß? Was ist Spaß? Vor allem befürchte ich, wir haben jetzt noch mehr Mancubus Thingies, fuck I activated that Das war nicht meine Intention eigentlich Weil sterben wollte ich nicht Oh shit Da ist ein Unsichtbarer dabei Irgendwo da, Bam, Junge Bam, Junge Komm, kein mehr Kubus No more Kubus Aber das sind bestimmt noch welche Garantiert Ich hoffe nur, dass sie nicht auf zu kurze Distanz hier kommen Map Alter, guck dir das an Oh Gott Also blau Und gelb Und in your face Alter, komm her Ich glaube, das sind auch insgesamt nur 10 Level Von denen hier, aber die sind ziemlich geil Das muss man den Levels auf jedensten Mal lassen Woher wusste ich das? Keine Ahnung Das war geraten Das sollte man immer mal Immer mal die Wände abchecken An diese Stelle Hände ich mich tatsächlich mit blauem Key da drüben Ich glaube, da wird es jetzt mega lustig Wenn ich mich recht entsinne, kommt da nämlich jetzt ziemlich viele Hellbarons Glaube ich Mich zu erinnern Aber Kann auch sein, dass ich mich täusche Das geht zumindest mal nicht auf Jetzt kommt hier ein kleiner Raum, wo der Schalter ist, der das Ding öffnet Oder da hinten dran Bin mir noch nicht ganz sicher Frischer Ja, doch Daran erinnere ich mich wirklich Wie? Wie ist mir dieses Level so gut im Gedächtnis geblieben? Was heißt gut? Ich erinnere mich auf jeden Fall an die Stelle hier So, ihr Bobbys Judy Déjà vu Also an manche Sachen erinnert man sich ganz, ganz gerne mal, ne? Ganz komisch Also das hat sich irgendwie in mein Brain reingebrannt Ich weiß zwar nicht, wo die Secrets und alles sind Aber Ich erinnere mich wie gesagt an diese Stelle und so Das ist ziemlich gut Ja Da geht es gleich auch ab Eskalationstechnisch, glaube ich Okay Ja I knew it Hab ich nicht gesagt Bam In your face Alter, das war ja mal überhaupt nicht unfair oder so Okay Gut Da ist nur leider nichts weiter Leidor, nicht zweidor Aber man kann hier einmal komplett im Kreis Ja, ja Da war was Der Hell Mountain Der gute alte So, da unten ist nämlich jetzt irgendwo der Schalter, der dieses andere Tor eröffnet Vor allem, wenn ich jetzt da drüber laufe Deswegen gucken wir uns lieber erst nochmal ein bisschen um Ist das der Eingang? Könnte sein, ja Alles klar Jetzt können wir ja abkürzen Weil ich glaube hier Eskalation im Hinterkopf zu haben Gut, wir haben keine andere Wahl Wir müssen den Schlüssel nehmen und dann kämpfen Okay Oder auch nicht Yellow Key Drin Hier kommen Barons Of Dicks Barons of Dicks Das hätte mich so was von kehlen können Falsche Waffe angewählt Äh Wie schlecht Komm her Jo Biatches Verregelasse Biatches Verregelasse Okay Das ist der Zwischenraum Glaube ich Drüben Da Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Sie dürften nur zwei gewesen sein Wenn ich es nicht Falsch gesehen habe Okay Ich sehe Genau Hey So Jetzt können wir den blauen Key da nämlich runterholen Aber Runterholen Aber Vorher kommen wir uns hier natürlich noch Fertigung Alter Die Levels sind so groß Diese Bonus Levels Na Was geht ab? Nothing Dann bin ich ja beruhigt Seriously Mal gucken was hier geht Komm Red Key Okay Gut Ne Dann holen wir uns erstmal die blaue Kann man nämlich Ah ins Exit Okay Wo ist die rote Key? What? Oh fuck me Wie ist das alles? Ich glaube sobald man ins Exit kann spawnen Immer wieder Gegner Aber irgendeiner hat auch bestimmt noch ein Red Key irgendwo Wir versuchen mal ihn zu finden Ich will mich natürlich nicht zu lang aufhalten Aber ein Versuch ist es wert Komm 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 Alter Okay Give me some Red Key Please Was war das denn? Bin hängen geblieben Ist ja nichts Neues Ja Okay Gut Red Key müsste dann doch irgendwo hier rumfliegen Ne? Irgendwo Irgendwo Irgendwie traue ich dem Scheiß hier nicht Ich habe immer noch kein Backpack bekommen by the way Es würde mal Zeit Ich glaube der rote Key ist gerade mal nicht auffindbar Konnte man irgendwie irgendwo hin? Jump on Da ist er doch Da ist er doch Fuck Okay aber es ist machbar Denke ich Da kommen wir hin Somehow We need to do this Ah komm schon Ne So kommen wir nicht dran Also da wo ich jetzt drauf gucke Das scheint ein Teleporter zu sein Da Boah Ich habe keine Ahnung wie ich da dran kommen soll Ehrlich Öhrlich Weil das hier funzt ja nicht Ne Kein Plan Tut mir leid Das tut mir leid Aber Wir haben ja hier noch ein bisschen Spaß Ich sehe schon Ich sehe schon Ist noch nicht vorbei Verregel Der passt hier gar nicht durch die Tür oder? Ah doch könnte durchpassen Stirb halt Alter Alter das ist so ein Boss Gegner Also geht doch Okay Gut dann gehen wir ins Exit Yay Hellmountain Finished Ja gut Ja gut das ist gut Acht Minuten Zwei Minuten Wer zockt denn die Dinger in zwei Minuten Vivi Section Äh Das Ding erinnere ich mich auch seltsamerweise Zumindest mal in den Eingangsbereich Ja Allerdings Ich glaube hier sind nachher dermaßen viele Gegner unterwegs Da war was Ja natürlich Direkt mal ein Q-Bus Q-Bus Die Die Oh shit I'm so dead Fuck me Come here Nice Glück gehabt Glück gehabt Ja hier sind sowieso schon so viele Gegner unterwegs Genau das war es hier Das ist ein kleines Level Relativ Aber mit verdammt vielen Gegnern Komme ich da ran? Gar nicht Dann bin ich ja zufrieden Hallo Und ich glaube auch mit ziemlich vielen starken Gegnern Da ist der gelbe Key Gut Gelbe Key nehmen wir Ich glaube damit können wir jetzt auch den roten klar machen oder so Ach ne 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 genau Wir müssen drei Seiten da runter fahren damit wir Da rankommen Und alles mitnehmen können Also das war die eins Hier ist die nächste Das macht glaube ich auch dauerhaft Schaden die Scheiße Komm her Bin mir ganz sicher Könnte auch sein dass es keinen Schaden macht I don't know Oh man so viele Gegners Was gehen ab? Wo kommst du denn her? Das kann mir wieder kein Mensch erklären Das meine ich Die kommen hier aus dem Nichts einfach Die ganze Zeit Das wird nachher ein mega Gemetzel hier gewesen sein So Ne es macht keinen Schaden Dann ist ja gut Trotzdem muss ich nicht ziellos oder sinnlos in die Gegner reinrennen Okay Hier gibt es auch irgendwo einen Geheimgang Glaube ich Nein Okay Vielleicht später Hey Boom Boom Die doom Okay What happened hier? Ist ja widerlich Voll ekelhaft So dann haben wir den Key Und auch Das zweite Ding aktiviert Was jetzt natürlich wieder dazu führt Dass hier mehr Gegner auftauchen Ich freue mich Na Komm her Bitch Okay die draußen sind Die können wir ja mal Gekont ignorieren Rot fehlt uns noch Hier ist gelb Das ist hier gelb Und Shit Okay Jetzt müssen wir uns noch den roten Key klar machen Aber zuerst glaube ich Bobben wir die da mal weg Wegbobben Weggebobbt Achso Der rote Key ist hier Natürlich Wow What the shit Alter Not bad Not bad Not bad Okay Den können wir jetzt besorgen Hier mit Verreck Verreck Genau Okay Jetzt können wir hier rein Das ist toll Hast du gedacht Oh der lebt noch Hier nicht auch noch einen gesehen Kann auch sein Dass ich mich getäuscht Wie immer Nichts neues Alles Verreck Bitte verreck Bitte Cubus Die Der kann gar nichts Gegen die Chainedun Der kommt nicht zum Schießen damit Ähm Not amused Seriously Not Alter Fuck off Tschüss Na dann kommt mal her Ihr Penisse Boah Da sind sogar ZWEI Von den Großen dabei What the hell Is going on Okay Einer nur noch Und den besorgen wir es direkt Nice Okay Komm her Ah Sauber Alrighty then Hey Tot Gut Great Cubus 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 Was nicht mehr zahlen Cubus Nein Mancubus Fertig Mancubus Hey Boom Das hast du dir so gedacht Das Glück hat von denen keiner eine Doppelschrottgun Komm her Komm her Jawohl Und tschüss So What up Ne echt jetzt rote Fuck Roten Fuck Rote Tür Das wird aber bedeuten Wahrscheinlich Ist das Ding jetzt immer noch nicht runtergefahren Ah aber hier Okay So Jetzt können wir einmal komplett zurückgehen Den Key holen Und ich glaube Jetzt Kommen noch mehr Gegners Ich freue mich Gegners Komm her Boah Immer die Hacker Alter Noch einer I love it Seriously Not 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 Komm Verrick Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020